Warten oder? Warte da, genau. Die kommen hinten, die kommen zu spät hinten. Ja. Die gucken, ob sie weiter zum Surfdealer fahren oder ob die abbiegen. Wahrscheinlich brechen sie durch dann. Die Klingel ist beim Adi dazu. Wo sind die? Genau vor mir, 5 Meter. Ah, ich sehe sie. Wie viel Meter? 5 Meter. Also, sehen sie dich? Ja, ich bin neben denen. Soll ich dir denn entgegen fahren? Ja, ich fahre entgegen und macht die Straße zu. Ja, ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Oh, der überrollt mich. Flüss. Oh, shit, Alter. Der rund nicht. Pass auf, pass auf. Nein, meine Engine. Ja, mein Fuel, mein Fuel. Fuck. Ich bin getroffen. Bin getroffen. Sind die ausgestiegen oder was? Ein Fahrzeug ausgestiegen. Ein Fahrzeug, ein Fahrzeug ausgestiegen. Wir fahren Richtung Sumpf. Nein, nicht dein Ernst. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Kommen die hier vorne vorbei? Ähm. Nee. Bei den Top-Tiegeln? Die kommen nicht bei dir vorbei. Oh, Aktion. Oh, jetzt kann ich mein Fahrzeug wieder nicht reparieren. Das ist so buggy. Verdammte Scheiße. Oh, shit, shit, shit. Wo sind die, wo sind die? Ein Fahrzeug. Achtung, Achtung. Was? Ne, das eine, eins ist bei uns. Pass auf, die, die beschießen jetzt. Äh, mit dem Handwerk kann man da rausgeschossen werden. Bestimmt, keine Ahnung. Wo sind die Schweine? Ja, hab ich den überfahren. Wo ist der? Echt? Fuck. Wo, wo sind die, wo sind die? Aber danke für die Info. Ich gucke auf den Feld. Jetzt kommt hier noch alles hin. Sollte man nun hier nach. Sollte man nun hier nach? Ich bin. Eins auf Position. Ein Offroader bewegt sich hinten rum weg. Soll ich verfolgen? Nein. I'm out. Hier, eine bewahrten Person bei dir. Jo. Halt das mal im Auge. Ich verhandel mal. Halt das mal im Auge. 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 Das mal im Auge. Ja. Bewaffnet? Ja, natürlich. Ja, versteckt sich hinter in der Küste. Er bleibt Nugimon angeschrieben. Auf dem Elend oder außerhalb? Jetzt geht er grad außerhalb. Könnt versuchen mit der Taser Waffe den. Dann. Probier mal ob es mit dem Taser liegt. Ne, ist zu weit weg. Krieg ich es nicht. Das ist mal eine Ansage, ne? Okay. Der eine rennt in den Wald. Voodoo, schnapp dir den mal. Offizieller Zugriff. Goldmann, wir fahren einfach rein. Jo. Sie reden an mit einem grünen Bomberio. Opa, Stellung halten. Kann ich ausstecken? Ich sehe keinen. Ich weiß auch nicht. Mein Gesuchter versteckt sich hier sehr wahrscheinlich irgendwo in den Pflanzen. Pflanzen. Okay, Voodoo, Opa, halte mal die Stellung hier drin. Äh, Voodoo sag ich. Opa und Waldmann. Jo. Ich komm rum. Lass mich mal vorbei, Walli. Lass mich mal vorbei, Walli. Welchen Pflanzen wo? Ähm, kurz vor mir. Also jetzt da, bei den Pflanzen die jetzt hier kommen. Weil weit und breit hier sonst niemand ist. Ja, du, da jetzt natürlich zu finden ist krass. Ja. Schreck mal hoch aufs Dach hin, äh, Goldmann. Ich war grad schon auf dem Silo da, aber... Silo ist so viel. Ich geh mal vorsichtig hoch. Mit dem Fahrzeug haben wir auch nicht, oder? Nee, nee. Zu Fuß. Also hier auf dem kleinen Dach hast keiner. Okay. Ja, bleibt mal einer da oben. Ja, ich geh mal hoch. Bleib mal hier am Zaun. Guck mal, ob ich da rieche. Richtung Süd-Ostsee. Süd-Ost. Hab ihn, ich hab ihn. Ist bestimmt lieber. Du. Direkt vor meinem Gebüsch. Da, wo ich bin. Kannste aussteigen in den Kirchsen? Ja. Ich versuch's mal, warte. Jo. Ja, schön. Festnehmen. Ach, es wird teuer. Jo. Schiff der, hast du ihn? Ja, ja. In das Auto mit ihm. Dann ist ja keiner mehr. So. Tag vorher. Da waren das nicht zwei, hast du gesagt gehabt, Brudu? Ähm. Ich hab zwei gesehen auf jeden Fall, aber... Okay, cool bleiben, cool bleiben. Du musst ihn erst stoppen, escorting und dann kannst du erst ins Fahrzeug fahren. Dann bringst du ihn gleich zur Autobahnpolizei in den kleinen Knast. Ja, okay. Das ist deine Belohnung. Ich bin weg. Ich bin weg. Okay, ein Hammer. Einer muss ja dann drin sein. Ja. Ja. Aber hier sind der Kiné, wo jeder weiter, wo er sich verstecken kann. Ja, hinter Häusern, aus Silos. Shooter ist raus. Ludwig Mond sagt, er wäre nicht mehr da. Das war dir in der großen Halle. Die ist nicht betretbar. Also zumindest nicht in den Eingängen, wo ich war. Okay. Ich schau mal mit. Ja, wart ihr in allen Gebäuden drin? Ja, die begehbar sind. Denke ich schon. Dahinten ist noch so ein kleines Schuppen. Oder so ein Stromkastenhaus. Ein Lehnhaus mit dem blauen. Da waren wir glaube ich noch nicht. Manche Container kann man die Türen aufmachen. Na? Ja. Was ist denn? Können die ins Dixi-Klo rein? Nein, da kann man nicht rein. Ich glaube, ich weiß schon, wo er ist. Komm mal einer hierher. Wo bist du? Komm mal hierher. Stell dir mal direkt vor die Tür. Ach, die ging mal auf. Geht auch nicht mehr auf, okay. Okay. Okay, okay. Hm. Kleine Hütte ist auch sauber. Container gehen alle nicht auf. Da haben sie das geändert. Einige waren mal zum Aufmachen. Das bestimmt weiß Gott wohl jetzt schon zu Fuß. Ja. Durch die ganzen Büsche und so. Da kriegst du nicht so gut wie gar nicht. Opa, warst du ganz oben auf dem Dach oder bloß das erste Vorderach? Ganz oben war ich jetzt nicht. Oh. Ich geh mal hoch. Ich geh mal hier hoch. Ich hab ihn mal runter von der Liste. Ich hab ihn mal runter von der Liste. Ich hab ihn mal runter. Musst du den manuellen noch runter nehmen von der Liste immer? Ich bin nicht der Automobil... Ich bin jetzt oben auf dem Dach. hier sieht aber sauber aus der ist fort den dicksten fisch schon raus er ist bestimmt hier abgehauen, aber dann hält er dir die ja sicher ich bin jetzt in Sofia da ist eine bewaffnet kommen von Sofia aus hilf doch unten da wird der Opfer na Moment Klipp, äh Master kommst du? ich bin gerade ran gefahren ja ok ja komm auch ran Juhu, jetzt ist mal was los alles gut soweit? jo gut dann fange ich mit der Fahrzeuge an hier hinten Juhu 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 Heroin Marihuana Feuer Rebell Kokain die haben sich jetzt alles was ist mit denen los ey, so ein aufgebot nix illegales So, mal alle schön an die Straßenseite hier, Goldmann. Hier, exportiert den mal hier rüber, damit die auf der Straße... Also, Hemd und Boxen sind sauber. Servus, Professor. Servus. Stell dir mal alle schön nebeneinander. Ja, Grund der Routineuntersuchung ist einfach, dass hier gerade das Kartell noch sein Unwesen getrieben hat. Deswegen werden jetzt hier alle Fahrzeuge kontrolliert. Ja, echt? Warum die richtet hier nach Rom? Mariana, Truck, Fire, Dinos, Verlust. Hast du diese Rucksäcke schon geguckt? So, wie der da? Ja, die sind bewaffnet, aber... Nee, die ist 17. Was habt ihr bei euch? Ja, PDB, die ist okay. Dreimal Bier ist bloß. Ja, müssen aber auch schauen, ob die Lizenz haben, weil dann schaut mal im Bußgeldkatalog. Weil Waffenbesitz und Lizenz ist Beschlagnahmung der Waffe und Bußgeld. Also schaut euch den Bußgeldkatalog an. Ja, ich glaube, die haben alle die freie Lizenz. Ja, Glauben heißt nicht wissen, schau nach. Da haben sie aber auch keine Chance, hier rauszukommen, oder? Ohne Lizenz, 750 Dollar und die Waffe wird beschlackt. Ja, haben alle. Bin ich der Einzigste mit dem SUV hier? Ja, wir hatten ja einen Einsatz am Kartell. Da fahr ich ja nicht mit dem SUV hin, wo der Kieselstein des Todes schon reicht. Und wir fahren langsam mal. Obwohl das gerade eben echt komisch war. Der Shooter ist um einiges schneller ausgestiegen. Hat ein halbes Magazin auf dem SUV. Okay. Alles nachher erzählen. Also die Herren sind sauber. Ja, okay, gut. Dann hier macht man die Straße frei. Dann können die Jungs hier weiterfahren. Äh, die waren zwei. So viel als richtig. So, rechts. Habt ihr sie auch freigelassen, ihr Helden? Moment. I need ammo. Wie geht das? So, die Tür ist, die hat Tour beendet und gleich die nächste. Danke. Wieso gibst du mir 13.000? Das war vorhin von dem... Ja, wir fahren definitiv. Dann, gute Weiterfahrt. Passt auf euch auf hier. Das Kartell treibt hier gerade. Danke für die Info. Bis zum nächsten Mal. Danke.